Guten Tag meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Sonntag, den 5. März, das ist der zweite Fastensonntag. Und das Evangelium ist das von der Verklärung des Herrn auf dem Tabor, dort hinauf sind Wege zu machen. Jesus nimmt nur drei besondere seiner zwölf Jünger mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Und den Weg auf den Tabor hinauf und nicht weniger anspruchsvoll den anderen vom Tabor wieder hinunter. In die Ebene und zu ihren Mühen, der wird mit einer grandiosen Weggeschichte aufgemacht aus dem Buch Genesis. Gerade dort, wo wir aufgehört haben. Also die Urgeschichten enden mit dem Turmbau von Babel. Und dann beginnen die Geschichte von den Erzvätern und die Geschichte der Erzväter, die Geschichte auch unseres Glaubens und die Geschichte des großen Segens, der durch die Heilsgeschichte geht, der beginnt mit einem Aufbruch. Und von dem erzählt heute die erste Lesung. Der Herr sprach zu Abraham. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte. Ja, da ging Abraham. Und was hat ihm das Motiv gegeben, den Beweggrund im wahrsten Sinn des Wortes? Woran hat er seinen Glauben genährt, dass das ein Weg ins Heil wird, in die Fülle hinaus? Was hat ihm die Kraft gegeben zu so viel Trennung von seiner Familie, seinem Volk, seinem Land? Aber nur so, nur durch dieses Hinausgehen, auf einen weglosen Weg, in eine unbekannte Zukunft, ist Abraham der Abraham geworden, der Vater der Menge und der Vater des Glaubens und auch unser Vater im Glauben. Und ich kann nicht anders, als jetzt an den synodalen Weg zu denken, der in dieser Woche beginnt, am Donnerstag. Und dieser Impuls aus der Genesis, der Mut Abrahams, das gläubige Vertrauen Abrahams, der einfach geht, weil Gott ihn gehen heißt, den wünsche ich uns auf diesem Weg auch. Es gibt viele, die aus dem Volk- und Vaterhaus, das wir uns über Jahrhunderte und Jahrtausende wohnlich eingerichtet haben und dessen Regeln wir kennen und wo wir die Schlüssel in der Hand haben, die aus diesem Haus nicht gehen wollen. Aber wir müssen auch weiter gehen. Und wir müssen dorthin gehen, wohin der Herr uns zeigt, dass wir gehen sollen. Bitte helfen Sie mit, mit Ihrem Interesse und Ihrem Gebet und Ihrem guten Willen. Und in Ihrer Bereitschaft, auf beiden Seiten das Gute zu sehen, denn leider gibt es ja zwei Seiten, damit dieser Weg, die fünfte, die letzte Vollversammlung auch gelingen kann. Gott segne und behüte Sie alle und ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, guten Fastensonntag mit guten Wegen. Gott segne und behüte Sie alle und ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, guten Abend. Vielen Dank.